Hallo Leute, Willkommen zu meinem neuen Video nach langer Zeit. Heute spiele ich mal StumbleGuys auf dem PC mit Controller. Ich kann es auch mit Monster zu spielen, aber ich spiele mal auf Controller. Und ja, wir fangen mal direkt an. Also ja, das ist, ich spiele gerade zum ersten Mal. Also habe ich erst vor ein paar Minuten gespielt. Okay, Telefon, okay. Ich glaube, ich schaffe es. Einfach nur schauen, wo ich hier bin. Okay, komm, ich gehe einmal hier. Oh nein, nein, nein. Oh, wo ist? Oh mein Gott. Okay, das war klar. Egal, was habe ich gerade gemacht? Oha. Nein, ich verkack. Ja, okay, nice. Oh, GG's. Nice. Okay, er ist in der Krieg geschafft, qualifiziert. Also nur zur Info, das ist, ähm, also zum Gewinn sind da drei Runden. Erster Runde sind 16, zweiter Runde sind 8 und der letzte Runde können. Also muss, ähm, Ding, also kann nur einer qualifizieren. Kann sich nur einer qualifizieren. Und als nächstes folgt, Punkt, 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 Fennart. Ähm, um. Und, oh, ich kenne da so einen Trick. Eis hier halt. Ich kenne da so einen Trick. Warte, ich weiß nicht mehr, ob ich... Nein, ich habe nicht vergangen. Okay, egal. Oh nein, das war dumm von mir, dass ich genau da hingehe. Oh nein. Schaffe ich es? Okay, und ja, ich habe es, glaube ich. Nice. Okay, und wir schauen... Ah, da hat es geschafft. Player irgendwas. Und... Ja, wir haben es. Qualifiziert, okay. Jetzt sind wir im Finale. Okay, Finale, komm. Letzte Runde. Komm, Finale, Finale. Und... Als nächstes ist... Block-Dash. Wieder Block-Dash. Oh, also jetzt nicht wieder, aber ich habe kein Block-Dash gespielt. Okay. Sehr. Ich muss mich konstruieren. Sie bringt ihn ausscheiden. Okay. Shit! Nein! Oh, okay. Das ist echt. Nice. Oh oh. Okay. 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 Oha, so knapp. Hä? Oh mein Gott. Ja, okay. Nice. Noch Zwecken, okay. Okay. Ja! Oh mein Gott! Ich hab gewonnen! Nice! Oha, was war das gerade? Nice! Ich bin Jego und hab das Spiel gewonnen. Sorry! Okay Leute, das war's beim Video. Tschüss! Ich bin Jego und bin ein Ich bin Jego. Es gab viele Arme, ich bin immer wieder. Nein!